Vorher absolute Verwirrung und während dem Coaching, als dann so ein paar Aha-Momente kamen, wirklich Ordnung hergestellt wurde und einfach ein richtig geiles, krasses Unternehmen entstanden ist. An diesem Wochenende die ganze Zeit hier zu verbringen, weil es auf High Performance war und es hat einfach nur Spaß gemacht. Diese Kombination ist einfach klasse. Durch Struktur und klare Aufgabendefinitionen, auch Aufgabenverteilung, mehr Zeit für das Wesentliche, die Unternehmensentwicklung zu haben. Oder man muss lernen, sie einfach nach und nach abzuarbeiten und das konsequent. Wenn man diese umsetzt, merkt man dann ganz einfach auch auf einmal den Aha-Effekt, dass dann auf einmal sich der Knoten im Kopf, den sicherlich jeder hat, auch gelöst wird. Das System ist geeignet für jeden, na für jeden, der, für jeden, für jeden Makler, der einfach mehr möchte, für jeden, der noch nicht da ist, wo er gerne sein möchte. So liebe Leute, das Seminar ist vorbei. Ab nach Hause! Das Seminar ist vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020